So meine Damen und Herren, willkommen hier zu einer neuen Folge, ich bin hier völlig am Verzweifeln, eigentlich, ich hab hier jetzt, ich hab einen Frontlader dran, ich habe das richtige Gerät dran, ich hab das richtige gekauft, ich hab, ich weiß echt nicht, wieso ich diesen Dreck hier nicht anhängen kann, ich hab schon vieles probiert, ich hab weiß irgendwie wieviel tausend Glickete jetzt wieder genommen, damit ich was probieren kann, jetzt habe ich mir das Fahrzeug hier gemietet, weil ich das falsche Fahrzeug gekauft habe und komplett durchdrehe eigentlich, haben wir Video geguckt, hab alles nach dem Video nachgebaut, ich weiß echt nicht weiter, das ist echt schlimm, ich hoffe mal, wenn ich jetzt hier das Dreck Kinn fahre, oder hinschubste, sagen wir es mal besser so, dass es dann funktioniert, entweder spackt das Spiel rum oder ich bin bescheuert und hab irgendwas falsch gemacht, weil das Ding kann man ja anheben mit dem FX irgendwie, FL oder, ne, was das Gerät hab ich dran so und irgendwie klappt das irgendwie nicht aber haben die Tiere schon bekommen also irgendwie stimmt hier glaube ich fast nicht es ist bloß mein Handy ausgegangen, ich weiß bloß nicht, warum ich das jetzt hier hinstellen muss haben wir uns erstmal hier drin äh, jetzt holen wir uns einfach mal, den Fahrer mal kurz weg ich weiß auch nicht, ob die andere Mission schon fertig ist ähm genau, die Mission ist schon fertig sehr geil, also ihr seht, Hafer hab ich drin ähm, Mission das hier abgeschlossen 2000, abschließend total ok, 2000 ist nichts ist nichts so jetzt holen wir uns den Gabel wieder nehmen am besten hier das bisschen Hafer, was hier noch drin ist, nehmen wir noch mit das ist ja kein Problem das tut hier kein weh das Hafer ist glaube ich das kleinst Problem also das konnte ich wunderschön transportieren mit, äh, mit dem Fahrzeug was wir uns damals gekurvt haben aber ei ich dreh durch ich weiß nicht, was ich falsch mache aber irgendwas mache ich angeblich falsch vielleicht wisst ihr ja weiter also ich wollte noch ein bisschen aufnehmen in zwei, drei Folgen aber wir haben es gleich schon in fünf und ich muss noch weiter aufräumen ich wollte eigentlich zwei Überweisungen noch wegschaffen wollte noch was wegschaffen ins Auto aber sieht so aus, als hab ich das vergessen scheiße ist naja gut so, also der Part hat begonnen mit der Aufnahme schneiden muss ich noch beziehungsweise schneiden muss ich ja nicht also wenn es aufgenommen ist, ist es mal aufgenommen ich glaube ich müsste eigentlich schneiden weil ich habe auch nicht viel Zeit gehabt ach, lag mir doch, darf ich ich mache fünf Tage lang und dann muss Pause dann mache ich wieder fünf Tage lang das ist ein bisschen Pause hat das heißt ich müsste jetzt noch zwei Barts aufnehmen ich glaube das hier tun wir erstmal noch hier reinwerfen das ist ja kein Problem da ist das Horfer langsam drinnen und dann wollen wir ja mal mit den Pferdchen reiten gehen weil erstmal bin ich ja wirklich hier am verzweifeln die B-Fahrzeuge sind außerdem mit wie gesagt mit Objekte nur noch weil kaufen konnte ich so wenig leisten ich weiß echt nicht der Fehler nicht und wenn ich sie anschließen muss wie gesagt das Video ist leider vorbei dann reiße ich alles ab dann wird hier die Pferde verkauft dann wird alles hier verkauft dann ist mir das langsam scheißegal jetzt brauche ich wahrscheinlich Rundballen so wie es aussieht was mich mit am meisten ankotzt nee das gibt's nicht ach Gilecken meine Eier und so soll das Spiel spart noch was ich kann sagen Paletten ähm Stroh ja eine Reife kommt zu ja kaufen den hier können wir ja so verkaufen hier ähm nein nein eigentliche Fahrzeuge ich hoffe man kann das Stroh so verkaufen nee kann man nicht ja jetzt habe ich nicht am Stroh ich weiß auch nicht ob wir das hier drüben noch reinschmeißen können dann brauche ich die Heu hier drüben also ich muss sagen so macht das Spiel 0,0 Spaß weil du weißt nicht was du brauchst ich habe mir wirklich angeguckt welche Fahrzeuge man braucht ich habe die Fahrzeuge mir gekauft und es geht nicht also entweder ist es ein Bug der jetzt ist oder das Spiel will ich mich verarschen das Spiel will ich mich verarschen also den Hafer wie gesagt ist das kleines Problem überladen der lädt ja bloß aus also wie gesagt das so macht das zacken kein Spaß also entweder finde ich jetzt noch was und das war's ich habe 300.000 Kredit das wird mir den Hals brechen als Bauer hätte ich jetzt schon länger und dann ist es mir die Kugel Kugel gegeben als ich der Bauer geil ist auch mein Handys aus ich weiß nicht wie spät wir es haben das ist das nächste Geile also ich kacke langsam richtig richtig ab und das ist nicht schön wie gesagt wenn jetzt hier das Ding gebraucht wird er steht ja auch nicht da ich kann ja ich kann ja gleich nochmal zeigen also kein Problem also bis zum jetzigen Punkt Zeitpunkt weiß ich das eben nicht ich habe das Geld mir gekauft es steht muss ich hier rüber gehen sieht man es vielleicht besser sieht man all das besser ähm es steht nicht da Leistung oder sonst irgendwas beziehungsweise das Ding habe ich gekauft gehabt FZ 30 und 60 Details steht auch 0,0 da so dann habe ich mir gemietet den FZ 30 mit HP 90 ich weiß nicht was das heißt ich habe mir was sehen hier wobei ich mir gerade was denken kann gibt es nicht ein Trigger der heißt HP hm ach ne es ist äh ich hoffe die 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 was man dran bauen kann wenn das nicht klappt dann verkaufe ich die äh Pferde ich würde gerade sagen die Hühner verkaufe die dann können wir uns Hühner kaufen da sind die Hühner selbst noch effektiver als äh die Pferde also wenn sie noch die Pferde vielleicht zu spät hinten wo wir die Pferde vielleicht äh viel brauchen weil mit einem Einschreuer habe ich so das Problem ja da kann ich ausrasten da da kann ich nicht nur da raste ich aus also ich bin die Ratschreuer und halb zusammengebrannt deswegen das hat nicht richtig an wie gesagt wir gucken jetzt mal nach dem nach dem Rundball nach der drauf passt am besten wäre natürlich dann eine Rundball eine Zange dass man uns besser reinwerfen kann aber damit müssen wir uns jetzt hier abfinden 23 über 23 ist dafür ganz schnell Sommer wahrscheinlich ich habe das Spiel auch noch nicht neu gestartet ob das ein Bug vielleicht ist bevor die Saffel kommt das geht auch nicht nice geil wie geil ist das denn geht das ich will das noch nicht mehr runter also langsam verflore ich das Spiel auf jeden Fall so wir fahren noch mal ran ihr seht ich kann gerade mal den abkoppeln und das war's jetzt muss die Frage wie rum wirft er ab das ist jetzt das nervige also am liebsten würde ich das lassen und nochmal Spielchen neu starten aber dafür ist jetzt so keine Power und die Zeit so richtig ich will das wenn ich das Spiel zum Backen versuche zu bringen das zähle ich auch noch fest wenn ich so gucke wäre es gut es wahrscheinlich nicht so müssen den Ballen jetzt vielleicht noch richtig rein wenn das nicht funktioniert ich sag euch das gibt es nicht sowas kann man auch nie also reinsetzen kann ich mich auch nicht das Ding bedienen nehmen wir jetzt das nehmen wir jetzt den Trigger hier ey das kann sich keiner antun das Spiel macht ja Spaß also es ist ja eine Landwirtschafts-Zimulatur aber wenn man sich schon Videos anguckt wie das funktioniert und es klappt einfach nicht klar ich kann das hier auch noch hin und her drehen aber wie ihr seht das bringt auch nichts das ist geil jetzt ist mir noch nicht mal richtig rein seht ihr es merkt das das ist das ist mit ich das ist das ist ich